Hallo meine Puckefreunde und Pucke-Nenten, bevor dieses Video losgeht, möchte ich noch gerne sagen, dass, wie gesagt, das ist mein allererstes Mal Shiny Hunting und ich weiß, dass die Qualität wirklich nicht gut ist. Ja, ich weiß, dass das Overlay von irgendwelchen Bilder da hingeklatscht wurden, ich bin einfach nicht lustig, lol. Ich finde es auch heftig, dass ich fürs erste Mal Shiny Hunting für die SOS-Methode nur 21 Encounter brauchte für das Shiny und ich finde es einfach richtig krass. Ja, ansonsten, viel Spaß mit dem Video. Ey, warum nicht? Hat er schon. Ha, 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 ha. Hey, bin am Start, hi, packt, willkommen in Street, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, als ob nur 21 und ich hab ne richtig schlechte Quali hier, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein allererstes Shiny. Außer das rote Garan, also, aber das fehlt nicht. Ah, ha, ha, ha. Jetzt bin ich auf den Chat gespannt. Oh mein Gott. Ah, ha, ha, ha. Ah, wie cool. Oh mein Gott. Welches ist das falsche Detail? Was, Gigi? Oh mein Gott. Ah, ha, ha, ha. Wie nice, mein allererstes Shiny. Und das nur noch 21, what the fuck? Nur noch 21 Encountern. Ey, das möchte ich auf jeden Fall auf YouTube hochladen. Also als einzelne Zähne. Äh, müssen wir ihn auf jeden Fall irgendwie noch fangen. Welchen Ball wollen wir nehmen? Nehmen wir mal den Pokéball. Der Pokéball ist doch ganz hot. Nehmen wir mal. Puh. Bam. Rein da. Ich seh nix. EGAL. Krön, wir haben grad einen Shiny gefunden. Ich hab kein Geld. Wir haben einen Shiny gefangen. Yes. Yes. Und dann nur 21. Yes. Wie geil, Alter. Lacker. Wie unverdient. Wollen wir uns nen Namen geben? Ne. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie geil. Äh, ja. Kann mir hier so nen Scheißbiese Sam raus? Äh, ja. Geil. Jetzt muss mein Shiny mit mir gehen. Ja, nein. Ich bin doch nicht fertig hier. Oh mein Gott. Das müssen wir uns ansehen. Oh mein Gott. Ich, ich, ich freu mich grad. Das ist ganz cool, ehrlich. Das sieht man grad nicht, ne? Warte, wie mach ich das jetzt? Dann muss ich kurz nen Chat verlassen. Dann muss ich euch das zeigen. Da haben wir's. Mein wunderschönes Shiny. Und meine Kamera ist so scheiße. Müsst ihr erkennen. Ist, ähm. Ist, ähm. Jetzt mach ich mal. Soja. Hä? Hä? Warum nimmst du nicht den Ball von Relaxe? Was? Es ist, das Wesen ist kauzig. Herkunft Route 1. Mit WM5 Verhalten ist hinterhältig. Okay. Wie nice, ey. Wie nice. Wie nice. Wie nice. Ja, du 21. Im Traum mit WM5. Was ist das? Du hast hier.